Musik 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 Ich stelle euch heute die Meerschweinchen vor. Weg ist er. So, ich stelle euch heute die Meerschweinchen vor. Das ist Prinz Luscious von Strobelsteff. Sein Spitznam ist Burli. Er ist Kameraschall. Bleib da. Ja. Ja, ist der Mann im Haus? Nein, wieso gehst du weg? So, ich stelle euch heute die Meerschweinchen vor. Das ist die Vicky. Ja, Schatz. Du, ich will aufnehmen. Kannst du dich nach hinten setzen, bitte? Bist du lieb? Okay, nochmal. So, das ist die Vicky. Sie ist die Chefin. Sie teilt sich den Shop, wie schon gesagt, mit der Julia. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt ein Motorrad. Um Gottes Willen. So, das ist die Buffy. Mit ihren Tränen ist furchtbar. So, das ist die Lena. Die Lena heißt eigentlich Buffy. Ihre Vorbesitzerin hat ihr den Namen gegeben. Da ich den damals noch nicht wusste, habe ich ihr den Namen Lena gegeben. Als sie mir dann gesagt hat, ja, jetzt heißt sie, du bist furchtbar. Das ist die Lena. Enkli... Bläh, 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 bläh. So, das ist die Vicky.